Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei uns Star Wars, YouTuber Epic Wars. Ja Leute, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Prinzessin leer, sekundär, vorher richtig OP und ich habe für euch ein Gameplay, was ich im Livestream erspielt habe und ja, der gute Linus ist auch dabei. Leute, ich wollte ein 100 plus schaffen, 100 plus Kate und ob es mir gelungen ist, das wissen wir noch nicht, das könnt ihr euch jetzt gleich anschauen und ja Leute, es ist mega stark, diese Fähigkeit, die muss auf jeden Fall runtergepatcht werden, weil die trifft die Gegner einfach von 500 Kilometer Entfernung, das ist kein Spaß, man. Wir sind hier auf Crate, Leute und die Frage des Tages ist einfach sehr wichtig, wie findet ihr die Map Crate? Das ist sehr wichtig, Leute, schreibt es mal in die Kommentare, ich möchte das mal gerne wissen, denn es gibt sehr viele Leute, die sagen Crate ist absolut genial und die anderen sagen Crate ist absolut Müll. Wenn man Prinzessin leer hat, auf der Seite des Widerstands, ja, auf der Seite des Widerstands, dann ist es wirklich richtig krass, dann ist es wirklich OP, denn da sprachst du mit deinem Sekundärfeuer wirklich meinweit auf die Gegner und die sterben und hast ein heftiges Streak und ihr seht es jetzt im Gameplay, ich würde sagen, ab dafür ist vom Livestream, Leute, Qualität ist nicht die beste, aber Augenkrebs bekommt ihr vielleicht doch nicht, mal schauen müssen wir mal gucken, auf jeden Fall, Leute, ich bin raus, macht's gut, heute rein, viel Spaß mit dem Gameplay kommentieren, wir werden nicht vergessen, bis gleich. Oh, ist das hier niemand überfahren? Jetzt, ihr könnt drauf schießen. Jetzt schieße ich auch mal drauf. Alles klar, wie viele Punkte gibt es denn? Ich habe das noch nie gemacht eigentlich. Oh mein Gott, wie viel habe ich? Jo, ich kann Hero holen. Ich habe gerade den ATL-6 geschossen und dabei wieder drei Kills gemacht. Jetzt kann ich auf Aufnehmen drücken. So, hey, wie wirst du so früh, äh, Held, so, fragt die dann. Ja, ja, ähm, Skill. Wie wurdest du mit 0 Eliminierung in Held Epic? Ich habe auch jetzt gespielt. Hast du die PS4 gehackt? Hey, jetzt ist uns wieder mich reingefahren und ich bin in den ATM-6. 18.000 Punkte, ein Leben. Aber was, ich nehme noch mal einen Flieger. Ich bin süchtig, Junge. Ich brauche mehr Punkte. Na, guck, ich rate mich, ich bin nur mit seiner Lea, weil ich da am Turnay. Oh mein Gott, dieses Mal geht es aber richtig ab, ey. Weihnachtssub stehen da alle nur. Oh mein Gott, Alter. Schwere Klasse auf der Map, Rap. Jaaaa. Ja, ist so richtig geil. Boah, ich will schon der KZs schaffen in der Runde, ey. Ich bin mega gehalten. Weißt du, die entwicklen, dachten sie so, ja, lasst uns wieder einfach absolut okay machen. Und dazu noch doppelt Battlefalls auch noch anscheinend, bei denen es wieder. Waren wir auch nicht. Waren wir auch nicht. Gute Idee. Und wenn sich alle beschweren, kommt der Patch aber erst nach einem Monat wieder. Ey, die Gegner sporn, glaube ich jetzt gar nicht mehr. Ich sehe keine mehr. Der Gegner quitten, Dinos, Gegner quitten. Nein. Was mache ich? Hey, das verstehe ich gar nicht, warum? Hey, das bin ich tot. Ey, sind die Gitter dumm, so, hey, macht ja gar keinen Sinn, dass sie einfach quitten. Und schießt dreimal auf den ATM-Sixen. Oh mein Gott, ey. Oh, der ist hier wirklich keine Gegner mehr. Er kommt mit Fontcabern gelaufen, der Weihnachtsmus. Geil. Oh, genießt diesen Moment, ey. Genießt diesen Moment. Oh, der. Schießen auf mich ja. Richtig frech, Mann. Ich sehe niemanden. Und in Graben. Man kann jetzt sonst keine Helden mitnehmen, ob der Map der Gute ist am Anfang. Ich bin auch nicht nah. Oder? Ne, also der. Einer hat mal Landung genommen. Hat sich nicht, ja, ich meine, nimmst du einen Zwider oder nimmst du einen Finn? Was ist mit Dings? Landung? Weil der eine hatte mal Landung genommen. Ich dachte, den habe ich noch nie gespielt. Aber der hat auch nicht mehr so einen Schuss, oder? Ich weiß nicht, wie das spielt. Also der hat auch nicht mehr so einen krassen Schuss, glaube ich. Also so einen Schuss hat er nicht mehr mehr. Das ist möglich, die ATM-6 wegzuholen. Einfach mit dem Zwider draufschießen. Das hat eine Mal gemacht. Hat beide zerstört. Die Taktik ist so okay, ne? Wir sind jetzt alle nach rechts gegangen. Und ich frage mich, wo die Gegner sind. Sie sind alle hier rechts, ey. Weil ich sie allerdings getötet habe und in der Mitte. Ja, macht Sinn, dass dann mehr keiner will. Na gut, jetzt sind wir in der Mitte. Jo, jetzt sind alle in der Mitte wieder. Ich weiß das, was ihr tötet. Ich muss mal passen auf den Geschätzchen. Hier ist ja niemand. Also wieder links. Typical-Kill-Kill hast du gemacht. Ja? Easy! Ja. Ich merke es nicht mal. Oh Typical-Kill. Oh sorry Leute. Typical-Kill. Ohne Anführung. Scheiße. So und dann nicht mehr merken so. Ach so? Ach ja. Typical-Kill. Da war ja was. Typical-Kill heute Tage. Ach so. Typical-Kill heute Tage. Ach so. Typical-Kill. Wer achtet auch auf Typical-Kill? Damit sich klein war, habe ich mal auf Tribal Kids 1-2 mal geachtet, aber jetzt, äh, Tribal Kids. Und plötzlich tot. 31.000 BattleBuds. Joa, ist jetzt nicht so wenig. 31.000? Die 911, oder was war besser, ja. Geht doch besser. Wir gucken uns da Eltern zu, äh, siehst du gleich enterbt werden, ne? Oh mein Gott, ATSC, oder was geht auf mich? Ey, die MSC sind wirklich bald down. Ey, nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott, ATSC sucht nicht. Oh mein Gott, ich bin noch reingegangen, wie der mich sucht, der ist richtig am Ragen, man. Der ist richtig am Ausrasten. Ey, du weißt gar nicht, wie der richtig auf... Komm, Leute, bitte. Ey, plötzlich, da haben wir gegen unser eigenes Geschütz gekauft. Habe ich ihn auch noch getötet? Ich hab was gekauft, oder? Hä, warum ihm sonst noch keine vor... Ich wundere mich, dass ich durchgehend immer wieder nehmen kann, ohne dass jemand anderen in dem Fall hat. Oh, ich hab aus dem, ähm, ATM6 kaputt gemacht. 6. Aber es dreht ja noch einer, keine Sorge. Ey, die aus der Luft gehen auch schon an auf mich, die sind auch richtig nur am Ragen. Ich muss richtig auf den ATSC aufpassen, der ist übelst ausgaben, er hat das richtig an seinen Schritten gemerkt vom ATSC, ey. Wie schnell er war. Er war richtig sauer. Ja. Das gibt's grad nicht. Ich hätte sagen, was ich grad in dem Schieß wieder gestorben bin. An ner fucking Stolpermine. Die einfach am Boden rum lag, auf Crate. Und ich war drüber und der... Oh, Mann. Ey, Lius, ich mach meinen ersten 100+. Ja. Ja. Aber welcher Weihnachtslug? Was macht denn sowas? Da war ein... Mimina so auf Fred, Reden, Hinsatz und ich. Die Glücksplätze war natürlich drüber. Nein! Okay, jetzt zurück, keine Scheiße bauen. Keine Scheiße bauen. Rückzug! Die Geschätze sind am Ende. Jetzt wird ein Kampf unmittelbar und schon. Boah, wenigstens haben wir die Dings geschafft, ja. Die Phase. Da fuck down. Die ganze Zeit auf dem Infanterie. Ich hab's so sehr langweilig. Ich hab's mich da immer alle, wenn ich hier hab. Ich hab' hier noch drei Helden nehmen. Oh, Mann. Ich hab' hier noch drei Helden nehmen. Ich hab' hier noch zwei Battle Points. Ich hab' hier noch zwei Battle Points. Ey. Da kann ich einmal helfen nehmen und dann nur noch... noch fünfmal und dann schon vorbei. Ich bin fest, Alter. Scheiße. Für Leute mit Fernseher so... Ey, nein, nein, nein. Keine Rennister. Fuck, 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 wo ist mein Team? Da bin ich. Oh, nein, ist mein besser, Mann. Ja, ist mein Mann, ey. Du siehst. Ich hab' das gesprenzt. Der Carl Renn hat mich nur gefriest und dann hat er nichts mehr gemacht. Dann war... Vielleicht dachte er, es ist mal ein Wein, war... Weihnachten. Er dachte, dann macht mich tot so. Einmal Friesen. Lea's down. Hey, ist das nicht so? Hey, aber... Ich hab' einfach so... Also auch als ich Finn oder Lea war... Ähm... Ich hatte so... Ähm... Keine Renn zieht mich ran. Und ich hab' einen HP und dann geht er einfach weg. Er hat mich so zu sich hingezogen. Absolut in die Gegner rein. Niemand hat auf mich geschossen. Ich hatte einen HP. Okay. Höh... Er fällt. Ja, ich glaub' ich war da Finn. Kein Ding. Ja, ja, da... Ich würd' eigentlich auch ein 100 Plus schaffen, wenn ich sogar sterbe. Ich hab' das abgehoben, ne? Ich weiß nicht, wo die genau sind. Lea in Oberfluglo. Effizie Aktualisierung unserer Position. 70er Kill Serie. Das war sehr schaffe. Ich hab' fast mal geknüpft. Ja, fast man macht eh keinen Faden. Das hat jetzt nicht so gefallen. Kilo külte ich auch noch schnell. Ne, Ray geht jetzt mit mir. Oh shit, man, der war so bad. Der Teil ist verstand am Wagen, jetzt bin ich auf Kette gegangen, wo tun wir mit anderen gehören? Oh, der ist gerade reingegangen. AP kannst kurz unseren anderen Helden killen, bitte. Warte, Moment, Teamkills, kann ich auch machen. Ja, AP ist lustig. Du musst aufpassen, die Gegner verlieren gleich und dann ist vorbei. Nein, bitte nicht Leute, bitte nicht, ich kann nicht so viel Pech haben, ey. Ich töte alle links, ich bin alle nach rechts oben gekommen. Ich würde jetzt niemand mehr töten, die müssen die nicht, die schaffen es nicht. Nein, Dinos, nein, mein 100 plus. Vielleicht habt ihr LTS die rein, aber, ne, ist vorbei. Nein, bitte, nein, nein, ja, oh, mein Gott, bin ja 100 plus verkackt, ey. Oh, ich weiß schon, wie viele Leute dieses Video disliken werden. Ja Leute, Dankeschön fürs Zuschauen und die Lose nicht sagen, bis zum nächsten Mal. Ja Leute, Dankeschön.